Susa sieht seine Wohnung in ein Tohuba-Bohu verwandelt. Warum wird dort Essen gehortet? Mit welch merkwürdigen Geschäften hat dieser Neffe zu tun? Die Nachbarn müssen denken, ich sei betrunken. Ich schwanke. Mein Magen zieht sich zusammen. Vor lauter Hunger oder Erschöpfung habe ich Kopfschmerzen. Mir ist übel. Ich gehe lieber aus der Sonne. Die Hitze hat zu früh begonnen. Ich schwitze, stinke. Meine Kleidung ist dreckig. Ich möchte gern in einem Wasserfall baden, ein Bett haben, den ganzen Tag schlafen. Man sieht niemanden. Die Gebäude sind geschlossen, die Fenster auch. Der dunkle Eingangsflur ist fast völlig mit Müll übersät. Fliegen rote Insekten. Im Barbiersalon drehen sich träge die Flügel der Ventilaturen. Ich trete ein, betrachte mich im Spiel, bedauernswert, wie ein Wacker Bund. Wenn Adelaide mich so sähe, würde sie davonlaufen. Wenn Adelaide mich so sähe, würde sie davonlaufen. Er verschwindet. Die Stühle sind durchlöchert. Lieber mit Handtuch, Herr Susa. Der Bart ist lang und hart. Wo sind Sie denn gewesen? Ach, nur so. Er sieht mich fragend an. Er kann diese schmutzige Kleidung nicht begreifen. Er hat mich immer gepflegt, erlebt. Die Hemden waren von Adelaide gebügelt. Der Knoten der Krawatte saß richtig. Die Schuhe blank geputzt. Die Haare geschnitten und gekämmt. Schließlich hat er den Salon schon seit 30 Jahren und kennt mich, seit wir eingezogen sind. Die Haut ist ausgetrocknet und verbrannt. Sind Sie denn in der Sonne gewesen? Ein bisschen. Sie müssen aufpassen. Hier, sehen Sie, ein paar merkwürdige Flecken. Sie sollten die Stellen einreiben. Werde ich tun. Ich bin bisher blendend mit Ihrem Neffen ausgekommen. Sehr gut für uns beide. Das verdanke ich Ihnen. Ist er denn vorbeigekommen? Jeden Tag. Er bringt Leute und nimmt Leute mit. Viele. Viele? So viele, dass die Nachbarn sich über das Hin und Her beschwert haben. Nun, Sie wissen, wie das ist. In diesem Gebäude leben viele ruhige Leute. Viel Trubel regt sie auf. Gut, ich bin wieder da. Ich werde all dem ein Ende setzen. Ach, und Sie müssen wissen, dass nach 19.50 Uhr die Türe des Gebäudes nicht mehr geöffnet wird. Anweisung vom Hausmeister. Warum das? Durch das neue Gesetz über Energiesparen bleibt nur eine Lampe pro Block an. Daher wird die Tür aus Sicherheitsgründen verschlossen. Und wie verschlossen. Was da aber auch an Leuten vorbeikommt, um Essen, Wasser, Almosen und Unterkunft bittet. Gestern eine Schießerei. Ein altes Paar wurde in seiner Wohnung getötet. Ohne Scherz. Wie kommen die nur in den Distrikt? Fragen Sie meinen Neffen. Das neue Heer kontrolliert die Zugänge. Ich ging zu Fuß hinauf. Der alte Fahrstuhl fuhr nicht. Ich weiß nicht, ob er für immer still stand oder ob er nur kaputt war. Ich stieg Stufe um Stufe hinauf. Das Treppenhaus war wie ein Ofen. Der Schlüssel drehte sich nicht im Schloss. Ich stieß gegen die Tür. Sie war offen. Ich musste mit meinem Neffen einmal ein ernstes Wort reden. Ausgerechnet jetzt die Tür offen zu lassen. Was dachte er sich denn? Hohlkopf. Im Esszimmer sah ich die vollen Aschenbecher und ein rotes Jackett auf einer Stuhlehne. Ich besitze kein rotes Jackett. Aus der Küche kamen gedämpfte Stimmen. Wie Menschen, die bei einer Totenwache flüsternd Geschichten erzählen. Als ich eintrat, starrten mich drei Männer an. Und ich sie. Wie die Blöden. So verharrten wir eine Weile und musterten uns. Überrascht, aber nicht entsetzt. Als hätte ich sie dort erwartet. Und als hätten auch sie gewusst, dass ich jeden Augenblick eintreten würde. Sie waren zwar kahlköpfig, einer hatte schuppige Haut. Aber es waren nicht jene Männer, die mein Neffe hergebracht hatte, als er mich um die Wohnung gebeten hatte. Ist das Ihre Wohnung, Genosse? Die Frage war sinnlos und die Förmlichkeit schwebte trocken und unterkühlte im Raum. Merkwürdige Stimmung. Wir kannten uns nicht und schienen doch Komplizen zu sein. Aus langem Zusammenleben. Wie war das zu erklären? Wie die Scham zu verstehen, die ich empfand, als ich mich als Herr des Hauses zu erkennen gab. Verrückte Welt. Machen Sie es sich bequem. Wir haben den Herd und den Kühlschrank benutzt. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Wassers. Ihr Neffe hat zusätzliche Wassermarken da gelassen. Der Mann, der am Kopfende des Tisches saß, ich weiß nicht, ob er der Anführer war, schien es aber zu sein, stellte mir die anderen vor. Jeder streckte die Hand aus und nannte seinen Namen. Sie sprachen mit einem Akzent, aber korrekt. Der dritte Mann, der gerade Konfekt aß, bemerkte meine Hand. Er bat, sie ansehen zu können. Das ist ein kleines Loch ohne Bedeutung. Tut es weh? Nein, es hat nie wehgetan. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Haben Sie schon andere mit sowas gesehen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin der Einzige. Ich glaube nicht. In einer Gruppe von Landflüchtigen, die etwa 20 Kilometer von der großen Furche gehalten hatten, habe ich Männer mit so einem Loch in der Hand gesehen. Es fiel mir auf, weil es so viele waren. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Irgendein Zeichen. Oder eine Krankheit. Ich möchte mich gern unterhalten, erzählen, wie das Loch auftauchte, wie ich meine Stellung verlor, mir Luft machen. Aber es sieht so aus, als würden Sie das alles schon kennen. Kann nicht sein. Dennoch habe ich diesen Eindruck. Sie hatten das Loch unbefangen angesehen, als hätte alle Welt eins. Wer Sie wohl sind. Der Mann, der Konfekt gegessen hatte, ging zuvorkommend auf mich zu. Wollen Sie etwas essen, denn wir wärmen Ihnen etwas auf. Mein Hunger. Das Bad. Ich hatte alles vergessen, sogar die Müdigkeit. Jetzt, wo der Mann gesprochen hatte, meldete sich mein Magen heftig. Ich bat um ein Stück Fleisch. Es sah gut aus. Dazu Moorrüben und Bohnen. Ich weiß, dass sie künstlich sind. Der Geschmack bleibt immer gleich. Ei, Fleisch oder Gemüse. Was mich interessiert, ist die Suggestion. Das Badezimmer war nicht sauber. Nicht wie zu Adelaides Zeiten. Man konnte sehen, dass hier nur Männer hausten. Urin auf dem Boden, Asche, hingeworfenes Toilettenpapier. Ein langes Bad. Ich scherte mich nicht um den Wasserverbrauch. Magen gab es zur Genüge. Heißes Wasser tut gut, entspannt. Reguliert die Körpertemperatur. Jetzt sehen Sie schon besser aus. Keinerlei Feindseligkeit. Sie lächelten. Wie ungerecht von mir, sie für Eindringlinge zu halten. Ich konnte mich nicht beklagen. Ja, hatte meine Wohnung ja zur Verfügung gestellt. Diese Leute haben aber nichts mit meiner Vereinbarung zu tun. Dass es mich stört. Nun ja. Ich habe den Eindruck, in einer Pension zu leben. In einem Hotel. Und das mag ich nicht. Ich würde mich gern wohlfühlen. Es ist immerhin meine Wohnung. Ist doch wahr. Sie machten eine Ecke des Tisches sauber. Ich aß, schweigend. Alle drei beobachteten mich. Ich bemühte mich nicht um eine Unterhaltung. Und sie auch nicht. In der Spüle stand ein Haufen Teller, Gläser, Töpfe, Besteck, Plastetüten, Tassen. Drumherum Abfälle, Obstschalen, Bierflaschendeckel, Kaffeepulver, Zigaretten. Ich gehe schlafen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Herr, Ihr Zimmer. Was ist mit meinem Zimmer? Nun, dass Sie sich nicht wundern. Schläft dort jemand. Wir haben dort ein paar Kleinigkeiten untergestellt. Weiter nichts. Ein paar. Hunderte von Konserven. Und er sagte, ein paar Kleinigkeiten. Das Bett war verrückt und in eine Ecke geschoben. Ob ich auch so werde schlafen können? Alle möglichen Dosen. Hackfleisch, Würstchen, Schinken, Kornbeef, Pasteten, Sülzen, Erbsen, Soßen, Suppen, Milchpulver, Nescafé. Einfach aufeinander gestapelt. Da die Dosen in regierungseigenen Firmen hergestellt werden, sehen alle gleich aus. Man kann die Produkte nur unterscheiden durch das Etikett und eine Zeichnung, die auf den Inhalt verweist. Die rechte Seite des Zimmers war bis unter die Decke vollgestapelt. Eine unerwartete, gut sortierte Speisekammer. Ich hatte Mühe, einzuschlafen. Nicht nur, weil das Bett nicht auf dem gewohnten Platz stand. Auch, weil es im Zimmer stickig war. Meine Kopfschmerzen kamen wieder. Ganz leicht. Ich führte sie auf meine Müdigkeit zurück und versuchte, mich zu entspannen. Ich konnte aber nur an diese drei Männer und den riesigen Nahrungsmittelvorrat denken. Warum hatte ich nicht gefragt? Warum so viel essen? Wie hatten sie es beschafft? Kaufen, stehen oder hamstern sie es? Da muss mein Neffe die Hand mit dem Spiel haben. Hat er denn so viel Macht oder gibt es noch mehr Leute, die in dieses Spielchen verwickelt sind? Und was für ein Spiel ist das? Zu welchem Zweck werden diese Leute in meiner Wohnung versteckt? Schließlich schlief ich mit lauter Fragen, die in meinem Kopf herumgeisterten, ein. Ich wachte auf, als es mehrmals im Flur klingelte. Ich wollte aus dem Bett springen, hörte Stimmen und merkte, dass die Männer schon aufgemacht hatten. Die Stimmen brachen ab und ich beschloss aufzustehen. Jetzt saßen die Männer im Wohnzimmer vor dem Fernseher, als wechselten sie immer gemeinsam den Ort. Wo einer hinging, gingen alle hin. Die Frau ist schon dreimal gekommen. Wer ist sie? Die Nachbarn besuchen uns nie. Blond, stark geschminkt, ein Putzteufel. Sie fährt fünfzigmal mit Besen und Lappen über den Flur. Es war die Nachbarin mit den gefärbten Haaren, einem übertrieben roten Mund und einem faltigen Gesicht. Adelaide hatte sich immer über den grellen Lippenstift aufgeregt. Ins Gesicht geklatscht wie eine Neonröhre der Attraktionen erster Klasse ankündigt, die sich aber als falsch herausstellen, sobald man die durch Zeit, Wind und Wetter angegriffene Fassade betrachtete, ein Wrack. Die bezahlt für ihre Sünden, sagte meine Frau immer unerbittlich. Adelaide war schon so streng und verständnislos geworden in ihrer Intoleranz, die von ihrem übertriebenen Katholizismus herrührte. Eine Intoleranz, die sie ständig zum Ausdruck brachte, ob in der Wohnung oder sonst im Gebäude. Deshalb lebten wir uns auch allmählich auseinander. Glaube ich. Jedes Mal, wenn sie die Frau mit den gefärbten Haaren mit ihrem Sohn durch die Flure spazieren gehen oder auf dem leeren Spielplatz spielen sah, blickte Adelaide mich an. Halb spöttisch, halb vorwurfsvoll. Als könnte der behinderte Junge ein Beweis für angebliche Verehrungen, Sünden und Ausschweifungen einer Frau sein. Natürlich hatte sich das alles vor der Zeit der großen Sterilität zugetragen. Da hatte es eine Bewegung gegeben, die zur Zeit der ausgerotteten Kinder führte, in der wir heute noch leben. Meine Gedanken überschlugen sich. Wenn ich jemandem diese Geschichte erzählen würde, könnte ich sie nicht in die chronologische Reihenfolge bringen. Manchmal weiß ich nicht einmal mehr, wie viele Jahre ich auf dem Buckel habe. Jetzt wird die Zeit durch eine andere Dauer bestimmt. Nicht mehr anhand von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, sondern anhand der Abschnitte, die hinter einem liegen. Die Abschnitte haben für jeden Einzelnen eine andere Bedeutung und Zeitlichkeit. Was lange zurückliegt, sehe ich als kürzlich an. Aber dennoch weiß ich etwa, wann meine Probleme mit Adelaide begannen. Die schlimmste Phase unserer Ehe machten wir nach ihrer Konversion durch. Vom Spiritismus bekehrte sie sich zum Katholizismus. Bewegt hatte sie dazu eine fieberhafte missionarische Kampagne der Kirche aus Anlass einer speziell an Brasilien gerichteten päpstlichen Bulle. Das war zwischen der Epoche der großen Völlerei und der höchst kurzen Phase der niedergeschlagenen Finanzskandale. Angesichts des Chaos im größten katholischen Land Lateinamerikas schrieb der Vatikan zur Warnung eine Bulle. Konservative nannten sie ökologisch, die Liberalen eine Niederlage. Es ging darin um mehr als Ökologie. Mit der Zeit machte Adelaide sich frei vom reformatorischen Terror. Ihre heftigen Ausbrüche wurden schwächer. Aber zwischen uns hatte sich eine Barriere aufgebaut. Ich kann ihr nicht alle Schuld geben. Die Menschen lebten in einer furchtbaren Haltlosigkeit. Und dazu verharrte ich in Schweigen, wo ich besser versucht hätte, ihr die Augen zu öffnen. Die Distanz wurde unüberbrückbar. Ich wollte mich trennen. Abgesehen von dem Mann alter Schule, der in mir existierte, mochte ich sie jedoch sehr gern. Ich wusste nicht, was tun. Ich war nie gut in Beziehungen zu anderen. Ich gestehe, es fehlt mir die Fähigkeit, die Menschen kennenzulernen, Krisen zu überwinden, Situationen zu durchschauen. Ich brauche lange, um jemanden kennenzulernen, bin zerstreut. Achte nicht auf Gästen, Wörter, kleine Handlungen, die manchmal höchst aufschlussreich sind. Das kann übertriebenes Zutrauen oder Naivität sein. Oder schlimmer, eine Trägheit nachzudenken, Fakten miteinander in Verbindung zu bringen, Augenblicke in Beziehung zu setzen, zu beobachten. Oder habe ich mich in mir verschlossen? In der letzten Zeit konnte Adelaide es nicht ertragen, der Nachbarin mit den gefärbten Haaren zu begegnen. Es gelang mir nie den Grund, diese Abneigung ausfindig zu machen. Die Frau tat niemandem etwas zu leide. Sie war wie alle. Sie beschränkte sich auf das übliche, harmlose Geschwätz an der Tür. In unserem Gebäude hatten immer nur wenige Kinder gelebt. Wenn die Ehepaare hierherzogen, standen sie schon im mittleren Alter. Die erwachsenen Kinder führten ihr eigenes Leben. Die Jüngeren, die hier aufgewachsen waren, wohnten nicht mehr hier. Sie studierten an den Universitäten und tauchten nur während der Ferien oder an Feiertagen kurz auf. Auf dem Spielplatz gab es einmal eine Schule. Sie wurde wegen Kindermangels geschlossen. Jedes Haus hatte seine eigene Schule. Das war Vorschrift, damit die Kinder geschützt waren und nicht hinausgehen und sich mit dem Unbekannten vermischen mussten, die sich auf den Straßen drängten. Das war, bevor die Bewegungsfreiheit organisiert und eingeschränkt wurde. Vor der Sterilisation. Die düsteren Korridore, der Schmutz, das in Apartments eingegrenzte Leben, die Angst vor der Straße, die erstickende Hitze, die Nachbarin, die ein Kind bekam, während sie selbst nie eins gehabt hatte. All das wirkte auf meine Frau ein, nötigte sie zu Verhaltensweisen, die sie früher nicht gekannt hatte. Grobheit und Rauheit. Das lernte sie hier. Schon vor Jahren. Sie konzentrierte sich ganz auf ihren trockenen, quälenden Hass auf die Nachbarin mit den gefärbten Haaren, die das natürlich merkte. Sie fuhren nicht zusammen im Fahrstuhl hinauf, sie betraten den Markt nicht zur gleichen Zeit, auch den Friseursalon nicht. Die Frau erzählte überall, dass Adelaide ihren Sohn nicht mochte, weil er anormal sei. Alle wandten sich nun gegen Adelaide. Sie nannten sie ein gefühlloses Monster. Ich benutzte den Barbier, um gegen dieses Gerede anzugehen. Frauen gehen jedoch nicht zum Barbier. Daher war es nur eine halbe, fast nutzlose Waffe. Alles wegen dieses geistig zurückgebliebenen Jungen und der geheimnisvollen Verstrickung Adelaides mit ihm. Der Junge machte sie unruhig, ließ sie ihre Fassung verlieren. Sie erschauderte, wenn sie den zwergwüchsigen, stotternden Jungen mit der Coca-Cola-farbigen Haut, den triefenden Augen, dem weißen Zahnfleisch mit den aufgesetzten schwarzen Punkten sah. Früher war er immer von Tür zu Tür gegangen und hatte auf der Suche nach anderen Kindern angeklopft. Zu jener Zeit begann sie von dem erleuchteten Schiff zu träumen, das in einer ruhigen Nacht versunken war. Ich traf sie schließlich jeden Nachmittag am Tor, wo sie auf den Briefträger wartete. Hin und wieder kam dieser vor mir an, dann blieb sie unbeweglich dort stehen und übergab mir hasserfüllt die Post. Nichts Wichtiges, Reklamesendungen, Bankrechnungen, Sparbuchauszüge, Rundbriefe, Geld, der eine oder andere Brief eines Schülers. Ich weiß gar nicht, warum so viel Papier, Briefmarken und Zeit mit Sinnlosigkeiten verschwendet werden. Ich will nichts davon in Schubladen und Schränken aufbewahrt sehen. Wirf alles weg, was nichts taugt. Die Familien zogen sich mehr und mehr zurück. Der Behinderte rief unbehagen hervor. Er war unerwünscht. Er drückte auf Klingeln, klopfte an die Türen, warf Sachen durchs Fenster, hielt den Fahrstuhl fest, zerschlug Scheiben, pinkelte in die Flure, kackte vor die Türen, zerschlug Lampen, verstreute den Müll im Eingang. Er heulte die ganze Nacht über wie ein Wolf und sein Gejammer stieg durch den Zentralschacht auf. Er öffnete die Türrahmen oben und warf Abfälle und Exkremente in die Wohnungen. Die Bewohner kamen mit einem Gesuch. Man möge den Jungen in ein Heim bringen. Mit der Zeit entdeckte man, dass es noch mehr solcher Kinder im Viertel gab. Viele. Die Eltern der Behinderten versammelten sich. Das war ungewöhnlich, da die Menschen kaum miteinander verkehrten und die Häuser nicht verließen. Jedes Gebäude hatte sein Eigenleben, als seien wir überfüllte Transatlantikdampfer, die in einem aufgewühlten Meer schwammen, einer vom anderen isoliert, ohne dass einer dem anderen helfen konnte. Aber man bemühte sich. Auf dieser Versammlung stellte man fest, dass zig Kinder zu derselben Zeit geboren worden waren. Alle mit Problemen. Wasserkopf, Taubheit, fehlende Arme oder Beine. Sie waren blind, stumm, hatten seltsame Verfärbungen auf der Haut, Pigmentflecken, Probleme mit der Leber, den Eingeweihten, Nieren, verstümmelte Genitalien, Hasenschaden und Arthrosen. Sie leiteten eine Untersuchung ein und fanden tausende solcher Fälle. Man gründete zur Untersuchung einer Elternvereinigung und man entdeckte Anomalien hervorgerufen durch Aufnahme von mit Merkurium verzeuchten Nahrungsmitteln. Man lief zu den öffentlichen Ärzten. Einige zeigten Interesse. Man versuchte, eine Bewegung in Gang zu setzen. Ich habe den Eindruck, dass dies die ersten Symptome waren, die zur großen Sterilität führten. Niemand spricht darüber, niemand ist so verrückt, sich aus irgendeinem Grund einen Streit einzuhandeln. Die Zeit der ausgerotteten Kinder zu kommentieren, ist so schlimm, wie über die ärmsten Lager zu sprechen. Reinste Subversion. Die Sterilität, die Ausrottung, der schwachsinnige Junge, das erleuchtete Schiff, der Brief, auf den Adelaide wartete, ob sie, wo sie jetzt ist, noch immer darauf wartete. Ich spürte, dass das alles zusammenhängt. Sonst würde ich nicht so besessen daran denken. Ich weiß, dass es eine Verbindung gibt, stehe kurz davor, sie herauszufinden. Aber alle schweigen, wie das Gesetz der Mafia. Als die Eltern die Nachforschungen vorangetrieben hatten, folgte das Schweigen. Ärzte wurden versetzt. Einige Eltern versuchten weiterzumachen. Man riet ihnen schließlich ab. Wenn sie nicht aufgaben, tauchte ein Lastwagen auf und nahm sie mit. Dann hörte man nichts mehr von ihnen. Hey, hörst du mich? Ja, ja, sicher. Nun, sieht nicht so aus. Sie hatte einen gläsernen, schweifenden Blick. Ich habe dir von der Nachbarin erzählt. Weißt du, wer das ist? Oh ja, was will sie denn? Sie sagte, sie würde später wiederkommen. Sie sah uns ganz misstrauisch an. Ich suchte die Nagelschere. Meine Nägel sind schmutzig und viel zu lang. Das stört mich. Ich konnte das nie leiden. Aber ich finde sie nicht. Früher brauchte ich nur zu bitten. Adelaide brachte alles. Sie wusste immer, wo alles lag. Die Wohnung war ihr Bereich. Ich weiß nicht einmal, wo meine Hemden und Socken liegen. Ich lerne allmählich meine Wohnung kennen. Entdecke sie. Die duftenden Schubladen aus Zedernholz. Die in den Schreibtischen angesammelten Papiere trotz Adelaides Rat alles gleich wegzuwerfen. Seit wie vielen Jahren habe ich schon nichts mehr aus den Schubladen genommen. Ich lege immer nur etwas hinein. Immer nur hinein. Das Gedächtnis meines Lebens. Welches Lebens? Dieses nie befragte Gedächtnis wird in den Abfall wandern, sobald ich sterbe. Ich bin nichts in der Ordnung der Dinge. Papiere, Fotos, Rechnungen, Notizen. Welche Bedeutung haben sie? Was dokumentieren sie? Ein normales Menschenleben. Hat sich die Geschichte je für den gemeinen Mann interessiert? Warum sollte sie auch? Erinnerungen. Nicht einmal Erinnerungen lassen diese Papiere wieder aufleben. Ich kann mich in ihnen nicht wiederfinden. Was bedeutet die Quittung für einen Schnuller? Ach so, ja. Das heißt, da existierte einmal ein Kind. Die Frage ist, gab es in diesem Haus ein Kind oder haben wir nur ein Geschenk gekauft? Einen Schnuller als Geschenk? Lächerlich. Also gab es ein Kind, aber in meinem Kopf ist der Eintrag gelöscht. Ich denke lieber nicht darüber nach. Deshalb meide ich Schubladen und Schränke. Diese Wohnung, das Büro, sie schlossen für lange Zeit meine Welt ein. Nichts existierte jenseits dieser Wände und ich mit geschlossenen Augen. Unerklärlicherweise haben sie sich durch das Loch in der Hand geöffnet. Ich träume nicht mehr von der Wiederauferstehung am dritten Tag, von der Wiedergeburt der Toten. Ich war an den bequemen Sarg gewöhnt. Es gab Zeiten, da sah ich mich auf Strahlen und Wolken geschwind auf einen intensiven, leuchtenden Punkt zureiten. Die Intensität ist vorüber. Geblieben ist nur eine kleine, schmerzende, gelbe, elektrische Birne. Und dieses schmerzende, blendende Licht würde eines Tages durch mich gehen, über den Boden gleiten und sich wie ein Fächer öffnen, der mich mit allem verbindet. Ich hatte gewartet, dass das Licht zu mir käme, aber es ist erloschen. Ich weiß nicht einmal, wo es sich befindet. Als ich Tadeo traf, erkannte ich, dass alles wieder einen Sinn haben konnte. Es klingelte schon wieder, wütend. Was will diese drängende Nachbarin eigentlich? Ich öffnete die Tür. Zwei Männer schoben mich zur Seite, ohne mich anzusehen. Sie stürmten herein. Sie sahen abstoßend und unheimlich aus. Ohne Haare, ein Loch anstelle der Nase, gelblicher Speichel tropfte aus ihrem Mund.